Nach einer ziemlich langen Zeit haben wir mal wieder ein bisschen Schummeltüders gespielt. Und was dort alles passiert ist, seht ihr heute in diesem Part. Es war sehr verrückt, es gab sehr viele Rages und sehr viele Braindead Moments. Aber seht selber und ihr werdet staunen. Bro, das Ding ist halt einfach so ein komplettes just Chalking LD für mich. Also so ein richtiger just Chalking, so ein richtiges just Chalking Game. Vielleicht später, ok? We got it! First try! Bye! Also so einen Trash habe ich ja noch nie erlebt. Oh Gott, ich will, ich will mein Essen verbrennen. Danach nach L.A. senden. Um, keine Ahnung, Mother Angelis zu verbrennen. Keine Ahnung. Wir zeigen gar nicht so gut. Bis dann zum nächsten Mal. hungry ja und und dazu auch eine gute Musik aber die feier ich glaube ich nicht so sehr wie die vom anderen vorbei glaube man kann dann unten damit ganze zeit mehr fliegen die menschen dieses levy first try probably nicht aber cool vers Das war's. Das war's. Das war's. Mein Gott. Ich hab's nur gesagt so aus Spaß. I met in first try. Und dann wird's in first try. Oh mein fucking Gott. Dig, wenn irgendjemand davon Bestev macht. Bro, das müsst ihr reinschneiden. Bitte, 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 bitte. Das war's. Das war's. Das war's. Danke. Vielen herzlichen Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Ich hab das Level ohne Tode gemacht. Und das ganz war's nicht mal der Practice Mode. Ich hab den ganzen Ende jetzt genommen. Base after Base. Gutes Level, glaub ich. Was? Ich bin gesprungen. Vorher drauf gelandet ist. Ich hab die Künste, die ich nicht beherrschen. Aber ich mag diesen Schweif. Und das ist live. Ja, oh mein Gott, holy shit. Und so sehen wir uns wieder, meine werten Freunde. Wie gesagt, ich habe kein Auto aufgenommen aus irgendeinem Grund. Das letzte, was ich gesagt habe, ist Nein. Und dann war die Aufnahme zu Ende. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da. Lasst euch ein Abo da auf dem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ah ja, Kami. Ah ja, Kami.